Hallo und herzlich willkommen bei Sleeperoo. Ich bin Karin Lönert, die Gründerin und Geschäftsführerin von Sleeperoo. Ich habe über 30 Jahre in verschiedenen Positionen in der Tourismusbranche gearbeitet und immer wieder festgestellt, Menschen wollen emotional berührt werden. Sie wollen etwas Besonderes erleben, wovon sie ihren Bekannten und Freunden erzählen können, was im Kopf und im Herz bleibt. Das war der Antrieb für mich, Sleeperoo zu gründen. Ein ganzheitliches Konzept für Erlebnisnächte an besonderen Orten. Es gibt verschiedene regionale und lokale Angebote für Erlebnisangebote vom Tipi bis zum Baumhaus, aber eben keinen ganzheitlichen Qualitätsstandard. Diesen haben wir geschaffen mit Sleeperoo, mit unserem besonderen Sleepcube, einem Bewirtschaftungskonzept und einer Vermarktungsplattform. Der Cube besteht aus acht Teilen und einer Bodenplatte, die einfach in 40 Minuten zusammengesteckt werden können. Dadurch bietet er einen festen Rahmen. Auf diesen festen Rahmen werden Stoffbahnen gezogen mit großen Panoramafenstern und einem transparenten Dach, durch das man in die Sterne schauen kann. So kann man die Umgebung mit allen Sinnen genießen. Der Cube bietet einen Erlebnisraum der Extraklasse. Er ist absolut hochwertig ausgestattet mit einer komfortablen 1,60 m x 2 m großen Matratze mit Sojaölkern, mit kuscheligen Schafschurwaldecken, Kissen und unserer Chillbox mit veganen Snacks und Drinks. Vor Ort werden die Gäste von Gastgebern unseren Hosts empfangen, die ebenfalls nach fest definierten Standards die Gewirtschaftung des Cubes übernehmen. Sleeperoo ist nach neun Monaten Testbetrieb im Mai 2018 in den Echtbetrieb gestartet. Wir haben die ersten 15 Cubes im Bootsbau herstellen lassen, dann aufgrund der starken Nachfrage auf eine maschinelle Produktion der Ecken umgestellt. Im Sommer 2020 werden wir mit 60 Cubes in Deutschland und Österreich am Start sein und jetzt wollen wir das Konzept internationalisieren auf Basis eines Länder-Lizenzmodells. Sleeperoo ist inzwischen mehrfach ausgezeichnet worden. Das Konzept hat gewonnen bei Katzenssprung Deutschland, wo es um klimafreundliche kleine Aufstiege aus dem Alltag in Deutschland geht. Wir sind für den Deutschen Tourismuspreis nominiert worden für den German Innovation Award und wir haben in der Höhle der Löwen gepitcht. Auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin sind wir am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus als Innovation made in Germany ausgestellt worden. Diese Auszeichnungen ermutigen uns und zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mein Name ist Stefanie Degieser von der Touristik Bad Wildbad und der Cube von Sleeperoo steht bei uns auf dem Sommerberg, weil er für unsere Gäste ein einmaliges Erlebnis-Übernachtungsangebot bietet. Unsere Gäste können tagsüber den Nordschatzwald entdecken und haben abends einen wunderbaren Ausblick auf unsere Stadt. Und warum ist Sleeperoo für uns ein gutes Beispiel? Das liegt vor allem daran, dass Sleeperoo ganz nebenbei die aktuellen Trends im Tourismus bedient. Nämlich den Trend nach Aufenthalt in der Natur, nach ungewöhnlichen Übernachtungserlebnissen und nach Instagram-ability, sagt man so schön. Wir haben uns auf der ITB kennengelernt und das Produkt gesehen und sind natürlich völlig begeistert und würden natürlich sehr, sehr gerne sehen, wie wir das hier in Israel integrieren könnten. Erlebnisse sind der Wachstumsmarkt in der Tourismusbranche. Sleeperoo hat den Proof-of-Konzept hier im deutschen Markt erbracht. Jetzt wollen wir international wachsen und brauchen dazu Ihre Unterstützung. Investieren Sie in Sleeperoo und profitieren Sie von dem stark wachsenden Markt der Erlebnisübernachtung.